Nach zwei Jahren arbeiten mit OneNote erkläre ich mal die Vor- und Nachteile. Das ist so eine Notizen-App und dieses OneNote ist Teil von Teams, ziemlich mächtig, ziemlich gut. Ich habe die ganze Zeit mit dem Tablet unterrichtet und damit ist es automatisch in der Teams-Cloud und die Schüler, die zu Hause sind, die sehen das dann sofort. Das ist ein Vorteil. Hier ein Screenshot von meinem Linux-PC, da geht man in das Notizbuch und hat sämtliche Kapitel, die die bei mir Abi hatten, die zehn Leute konnten alles sehen. Also es hilft den Leuten in Quarantäne, aber auch die, die krank sind. Und gerade bei den Kleinen habe ich gemerkt, dass es auch den Schwächeren hilft. Da gibt es manche, die versuchen hier in 17 Farb und Lineal alles abzumalen, schaffen es zeitlich nicht, kommen in Stress, da kann ich immer sagen, wie ruhig, das ist alles in Teams, dann konzentrier dich mal aufs Wichtige. Und ja, an alle Kollegen, sie schreiben trotzdem mit. Das sind Profis, die wissen, wenn ich es nicht abmalle, geht es nicht, sind ins Hirn nur vom Zuhören, da schlafe ich ein, das hilft nichts. Die Zeit der täglichen Videokonferenzen ist vorbei, es gibt weniger Quarantäne, wir haben die Schüler wieder hier im Unterricht, aber das Interessante ist, sie bringen Tablets mit und sie schreiben. Und damit verändert sich alles und damit wird natürlich jetzt irgendeine App, mit der sie mitschreiben, viel zentraler. Und was man jetzt hier sieht, ist so der Lehrer, der versucht, vor seinem Tablet die Hirne der Schüler zu erreichen. Und das ist natürlich jetzt nicht die Zukunft. Und deswegen radiere ich jetzt hier mal so ein paar Peile weg. Also Ziel ist, was wir jetzt hinkriegen müssen, ist, dass wir auch viel mehr Austausch der Schüler untereinander herstellen. Also das ist eine Herausforderung vom Unterricht für uns alle und wissen wir eigentlich immer schon seit Montessori, aber in die Richtung muss es mehr geben. Da liefert dieses Tool den Collaboration Space. Also hier haben wir Schülerteams und die haben Themen gehabt und arbeiten gemeinsam an Dokumenten, die sie dann auch austauschen. Interessant ist auch, so Originalding, das haben die mit dem Stift gemacht, das haben sie mit der Tastatur gemacht. Und Schüler ohne Tablet können handschriftlich Foto machen, hochladen. Funktioniert auch, das ist ziemlich gut. Man kann auch Filme und Links und alles hochladen, das ist mächtig. So ein Ausblick. Ich kann eine Matheformel einfach übersetzen lassen und mir das anzeigen. Also dieser zweite Schritt, das ist nichts Besonderes, aber der erste Schritt, das ist KI, das ist spannend. Und ich nutze das im täglichen Unterricht noch kaum, aber ich glaube in fünf Jahren, da muss man in die Zukunft denken, wird sowas dann entscheiden. Das wird der Game Changer werden. Also Stärke von OneNote, das läuft auch auf verschiedenen Plattformen, auch auf Apple. Aber ich bin jetzt eigentlich Linux, eigentlich kein Fan, also es hat auch genug Schwächen. Also PDF-Export ist mühselig und eine gerade Linie ist auf dem Android-Gerät schon eine riesen Herausforderung. Also da können Sie hier KI und dann können Sie da keine geraten Linien. Also ja, mein Gott. Fazit aber, also wir brauchen ein Tool, das vergleichbar ist. Wir brauchen nicht OneNote, ich nehme alles andere auch, aber es muss vergleichbar sein. Also diese Funktionen sind unverzichtbar. Die Funktionen sind, es muss digitales Arbeiten, kollaboratives Arbeiten muss möglich sein. Betonung auf möglich. Also Harald Lesch kann mit Kreidetafel wahrscheinlich einen viel besseren Astro-Unterricht machen als ich jemals. Kein Zwang, aber die Möglichkeit, wir dürfen als Lehrkräfte im Jahr 2022 nicht darum betteln müssen, moderne Tools zu haben. Das geht so nicht. Und auch an die Zukunft denken, auch wenn diese Handschriftenerkennung, wenn man sagt, ja, ist eigentlich verzichtbar im Moment, braucht es nicht unbedingt. In fünf Jahren hat sich das vielleicht verändert und das ist Kern von jeder Software. Dann ist so die Frage Open Source, wäre schön, ich sehe aber nichts. Vielleicht gibt es was, gerne in die Kommentare, wäre natürlich begeistert, wenn wir sowas ähnliches Open Source hätten. Ich sehe das, wenn es das wirklich nicht gibt, als politische Frage. Also Brüssel könnte das finanzieren, weil sowas kostet ja schon so ein mächtiges Ding. Da muss man schon, so wie die Chinesen, mal eine ganze Milliarde nehmen. Und wenn die nicht langt, eine zweite Milliarde. Also China macht sich unabhängig von den großen Softwarekonzernen der USA. Und das kann ich nicht machen, das kann die Kommune nicht machen. Aber Brüssel könnte es machen. Die können entscheiden, machen wir das? Oder bleibt nur die Alternative OneNote von Microsoft? Oder nehmen wir das von Apple oder von Google oder so? Es springt trotzdem aus dem Nichts jetzt doch noch was Tolles von Open Source. Ja, wäre schön. Wir müssen aber damit rechnen, dass das noch ein bisschen zäh wird. Ja, wir müssen das noch ein bisschen zählen, dass das noch ein bisschen zählen wird.